Oh, da ist tatsächlich einer am Start. Nein, back to back. Außen 82 pluser Freunde. Das Letzte, ich war gerade noch am überlegen, ob ich euch überhaupt einblende. 82er gönnt 88er Messier. Wie geil ist das denn? Das glaube ich jetzt nicht. Bastoni wäre sonst der Beste gewesen, aus den 6 Packs. Glaube ich, Wahnsinn. Jetzt haben wir das 81 mal 11er. Nicht mal 10er, sondern das 81 mal 11er. Und es gönnt in diesem Fall als Besten ein Verratti. Wen haben wir da hinter? Irgendwas Gutes noch? Es ist da wieder ein Fail am Start. Nein, in diesem Fall leider nicht noch ein Terrea, der noch ein bisschen was rettet, Freunde. Aber das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ihr jetzt noch mehr sehen wollt von mir, dann könnt ihr gerne in das Video von gestern gehen. Da auch gerne Liebe da lassen und ja, Dankeschön, dass ihr da reingewiesen seid. Bis zum Ende. Und in diesem Sinne, haut da rein. Bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.